Hallo, ich fange nochmal neu an, weil es war zu überwillig, das habe ich mir jetzt überlegt. Roberts Haare sind ein bisschen durchgerudelt, es ist sehr windig. Wir haben gerade ein paar Fotos von mir gemacht. Und in der Sonne ist es warm, aber es ist windig. Also das ist jetzt irgendwie schwierig, ein paar Klamotten zu finden, die gut zu dem Wetter passen. Auf jeden Fall frühstücken wir jetzt erstmal. Ich mache jetzt Roberts Essen. Und wir hatten einen guten Start in den Tag. Das Bett war sehr bequem. Also ich habe gut geschlafen, aber wir hätten auch ein bisschen weniger Schlaf auch schon gereicht. Aber ich fühle mich jetzt sehr wach. Sehr gut. Dir auch? Ja. Ich muss noch mein Handy und ich muss noch ein Foto machen, das tut ziemlich gut. Ich kann euch ja mal hier bei der Gelegenheit erzählen, auch wenn ich leider gegen dem Licht filme. Aber es bietet sich gerade an. Gestern wollten wir eigentlich nochmal raus nach dem Abendessen. Ach, ich war so tot. Also ich war wirklich todmüde. Und dann habe ich mich aufgerappt und dann wollten wir nochmal eben rausgehen. Also der Vlog hieß wahrscheinlich nicht Bernstein Vlog oder so. Dann hat es halt so ein bisschen angefangen zu regnen und es war dann so, okay, wir gehen dann doch nicht. Und ja, aber wir werden heute auf jeden Fall die Lampe ausprobieren. Und wir müssen heute auch wieder umziehen. Wir haben jetzt noch, ja, ungefähr eine Stunde Zeit. Ich habe mich geschminkt, aber in dem Licht sieht man das hier gar nicht. Ah, ihr habt das bestimmt schon gesehen. Ich habe übrigens meine neue Jeansjacke an. Aber ich weiß nicht, ob ich die nachher noch anziehen kann, weil es ist halt, es ist windig, aber es ist warm. Deswegen, mal sehen. Also hier seht ihr die heutige Kaffee-Kreation. Die war sehr zufällig. Schreibt mir in die Kommentare, was das ist und was das ist. Und Robert hat eine super tolle, ist das eine Rhabarber, die Mette? Ja, Marmelade, wir werden sehen. Sie ist hier. Aber die Mette, naja gut, mal sehen, wie es dir schmeckt. Aber den Saft hier können wir empfehlen, nicht wahr? Der schmeckt gut. Wenn ihr gerne Saft trinkt, der isst das aber, glaube ich, viel Wasser genommen tatsächlich trotzdem. HZ zu den Marmeladen. Rhabarber, es ist zu viel Limette drin. Man schmeckt auch nur Limette mit kein Rhabarber. Aber man kann sie trotzdem essen. Und die? Ja, Himbeere, ist sehr lecker. Ist sehr lecker. So, wir haben jetzt wieder alles eingepackt. Und jetzt müssen wir unsere schöne Unterkunft schon verlassen. Schatz, wird unsere nächste genauso schön. Das ist die ganz streng davon aus. Ja, jetzt versuchen wir das alles runterzutragen. Ich habe mir gerade meine Bumse wieder angezogen. Und es war sehr schön. Es war kurz, aber es war sehr schön. Das war's. Das war's für heute. so sauber wie wir sie vorgefunden haben auch wieder sauber hinterlassen und sogar das bett abgezogen haben einen energetischen zwischenstopp gemacht und das ist meine mit plastik glas den meinetwegen kaputt gehen kann ich hatte angst dass es so wenig ist dass der sand dagegen knallt aber sie ist nicht so schick aber sie tut was sie soll können wir mal ein update drehen also wir sind gerade in penemünde und was machen wir also ich glaube das ist jetzt wieder vorbei wenn ihr das seht ich glaube das geht nur bis ende juli oder auf jeden fall kann ich euch sagen ich weiß gar nicht ob ihr mich hört deswegen da ich euch ein bisschen den wind ersparen wollte erzähle ich euch hier was ich gesagt habe ich habe gesagt da gehen wir jetzt nicht rein und zwar wollen wir nur zu den spiegeln und uns da drin angucken und das fanden wir ziemlich lustig da waren wir das letzte mal schon mal und genau das ist ein spiegel wo man richtig dünn und groß aussieht und dann gibt es noch einen spiegel wo man ein bisschen kleiner und ein bisschen breiter aussieht und an dem spiegel wo ihr uns jetzt seht haben wir glaube ich das haben gemacht ich weiß es nicht auf jeden fall war das ein schöner spaziergang leider tun jetzt meine ohren von dem wind weh wir sind in deutschland immer noch reichkeit denn aus dem auto wir waren gerade unsere schlüssel abholen für die zweite unterkunft und wir waren eben noch bei widel da gab es übrigens erdbeeren richtig günstig voll gut und wir haben jetzt die schlüssel für die golden suite und ich hoffe dass es auch sehr schön ist das problem könnte sein dass da keine parkplätze sind und wir wissen halt noch nicht wie wir da parken aber die die frau war erst mal auch wieder sehr nett sie konnte deutsch sprechen das ist eigentlich ganz schön gleich um die ecke haben wir uns ja gestern schon angeguckt das ist genau da wo wir gestern die schlüssel für das andere appartement abgeholt haben ja los geht's gut der bekommen jetzt nicht die schönste ausrichtung aber die wand ist voll geil das ist eine schwarze küche also wie ihr gerade gesehen habt die aussicht ist jetzt nicht so klasse wie die von der unterkunft gestern aber drin ist halt echt schön also wir sind zufrieden wir sind sehr froh dass wir auch ein balkon haben weil das stand glaube ich gar nicht drin ich glaube nicht und ja ich weiß noch gar nicht was wir dann machen das können wir machen ich habe mich umgezogen vielleicht mag ja robert mein outfit nachher mal für euch füllen und ich melde mich wenn es wieder was zu erzählen gibt jetzt genießen erstmal unseren kaffee denn der ist dringend notwendig wir sind beide ziemlich erschöpft jetzt und wie ihr gesehen habt waren wir gerade bei h&m oder auch nicht oder auch nicht wir haben tolle sachen gefunden und wir haben die tasche gefunden die wir gesucht haben genau ich wollte die hier in gräisch und wir haben sie in gräisch gefunden aber leider war sie nicht im sale aber die ist halt echt sehr schön und ich habe ein super tolles t shirt bekommen von meinem hasi das zeige ich euch aber erst morgen beim baumwipfel fahrt weil das super dazu passt also ihr habt ja gerade vielleicht schon ein bisschen gesehen als ich die tasche gezeigt habe aber so richtig seht ihr es dann erst und jetzt haben wir noch einen überraschungsauftrag eigentlich ist es kein überraschungsauftrag aber eine aufgabe die wir delegiert bekommen haben die werden wir jetzt noch umsetzen vielleicht sieht man das ja das ergebnis oder was wir machen genau ja auch hier ist es leider wieder sehr windig deswegen mache ich euch ein kurzes voiceover das sind einfach nur ein paar eindrücke und hier kann man mal sehen wie die sandbank da ziemlich weit war sonst ist das wasser bis dahinten wo es dunkel ist und jo und in diesem clip seht ihr wie robert versucht wasser zu holen und über die wellen hüpft und ja seine hose dabei nass wird das war sehr lustig anzusehen wir haben abendbrot gegessen es war sehr lecker meine kartoffelis waren dahin dann habe ich ein paar scheiben knäckebrot gegessen mit frischkäse und somate kein brokkoli ich bin an die lampe gekommen ich habe mich voll erschrocken weil die sich bewegt ja es ist schon kälter geworden das können wir noch erzählen die bilder sind schön geworden also wenn ihr die bilder noch nicht auf instagram gesehen habt dann schaut die euch an bis dahin sind bestimmt welche gepostet wir wollten uns das video von uns angucken vergessen jo vielleicht kommt morgen schon der erste vlog online hallo wir sind jetzt am meer mal wieder und wir haben uv-lampen und jetzt werden wir gucken ob wir bernstein finden ich bin sehr gespannt genau das wollte ich euch nur kurz mitteilen aber dann guck auf die menschen hey hallo ich habe begonnen du endest wir sind jetzt fertig hier mit suchen es reicht für heute wir haben über eine stunde gesucht oh ja wir sind so weit gelaufen ich bin gespannt auf unsere schritte die wir jetzt noch gemacht haben und jetzt werden wir noch einen parkplatz suchen und dann geht es auch nach hause unter die dusche haben wir was gefunden ein bisschen was wir werden das nachher im hellen auswerten also es ist wirklich sehr wenig ja aber es hat eben auch nicht gestürmt ja das ist eben ein haufen leute die vielleicht dann doch nach suchen sowieso man muss halt her wenn es wirklich strom war genau da leuchtet nur der eine ja gut der ganz große auch ja gut die leichten alle der eine leuchtet besonders das haben wir gefunden und wir sind super müde nicht wahr also falls ihr noch nicht wusstet wie bernstein leuchtet so bildlich halt wenn jetzt duschen gehen noch ein verabschiedungs gute nachtzigarettchen und dann hat das bett da oben klebt eine fette fette oh gott hier kleben ja einige